Crimeshop Die beste Entscheidung meines Lebens Hallo und herzlich willkommen auf Apecrime, liebe Zuschauer Heute haben wir etwas sehr besonderes für Sie in unserem Repertoire Und zwar handelt es sich hierbei Teil 3 einer äußerst beliebten Serie Um genau zu sein, um Dinge, die jeder hasst Dinge, die jeder hasst, Teil 3 Okay, geht es bestellt Vier Tage Lieferzeit, dann warten wir mal Noch zwei Tage, dann ist das Paket endlich da Warte hier einfach auf mein Paket Oh, nur noch einen Tag Ich freue mich schon, wenn er klingelt Schon 10 Minuten zu spät, es ist 14.14 Uhr Du bleibst ja nur ein, jede Minute klingeln, jede Sekunde Wo bist du? Ich will mein Paket Mein Paket! Hallo? Ja, 563. Schock Ja, danke Hallo, sind Sie Herr Dobroi? Ja Ich habe hier ein Paket für Ihren Nachbarn, Herr Bolzen Könnten Sie das für ihn entgegennehmen? Ja Ja André Cengiz, setzt euch bitte auseinander, ihr stört zu doll den Unterricht Nein! Nein! It's been a long day without you my friend And I'll tell you all about it when I see you again Mami, ich bin zu Hause Erstmal ein Rookie weg, ne ich häng ihn auf Ich habe einen YouTube-Beutel von http-slas-shash-doppel-bund-cranetrop.de Muss ich auch noch mehr kriegen Mama! Mama, was ist mit Essen? Bin bei Onkel Bolzen Mach dir doch heute bitte selber was zu essen Ich habe Brokkoli und Spargel gekauft Kussi, 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 Mami 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 So, jetzt ist das Passwort Schlagsahne123 Und da sind wir drehen Hä? Das Passwort ist falsch, Marc Schlagsahne123 Hä? Ich habe es doch gestern geändert Ach ja Dreidinger3 Ja, das ist wahr Sag mal, willst du mich verarschen? Ich hab's grad geändert. Guck mal, ich hab hier so was Neues. Das nennt sich Fidget Spinner. Das kannst du so drehen und dann so... Ey, das gibt's seit zwei Jahren, Alter. Hä? Was ist das denn jetzt? Als ob alle auf einmal ausgehen. Ja, soll ich hier jetzt im Dunkeln leben oder was, Alter? Hä? Guck mal, es gibt so nen neuen Tanzmove. Das nennt sich dabben, das geht so. Alter, wie hängst du denn hinterher? Das ist ein langer Out. Was? Oh mein Gott, ich muss dir diesen Song zeigen, schau mal. Mann, ne und witz da nicht, wie so ein Opfer, Alter. Ey, du bist ein Opfer. Das ist ein Moment, wenn die Boxen einfach zu laut aufgedreht sind. Alter, das ist so geil. Was kann ich Mama heut mal Gutes tun? Ich bringe Müll raus, klar. Oh Gott, die ist aber voll. Oh Gott, die ist ja so prall wie ein fetter Eiserpickel von Loho Heiko Lochmann, Alter. Muss mich auch passen, ey. Oh fuck, Alter. Schnell, schnell, schnell. Scheiße, scheiße, die reißen. Nein, 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 nein. Nein. Liebe Schüler, es ist schon lange her. Heute gibt es mal wieder ein Überraschungstest. It's been a long way. Oh, ich will kein Windows Update, Mann. Hey, jetzt muss ich das ja einfach machen. Was soll das? Ich kann das ja nicht mal abbrechen. Willst du mich verarschen oder? Ja, 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 endlich, endlich, ja, 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 nee, 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 komm, 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 nein, nee. Ey, schon wieder Akku alle, ey. Alter, es gibt so nen neuen Trend, der heißt Harlem Shake. Alter, halt die Fresse, das ist lange vorbei! Hä? Hä? Das ist ja wirklich das beste Format. Das ist ja ultra-wichtig. Hä? Was machen die? Oh mein Gott, die töten ja alles an. Sagen Sie, er schaltet sich in 30 Sekunden automatisch aus. Was? In 30 Sekunden? Wo kann man die hin? Was war das? Schon wieder. Jetzt aber vorbei. MAAAAN! Ja, stimmt schon. Diese Momente hasst jeder. Aber was ich mit Abschönen am meisten hasse. Sagen wir mal, du gehst durch die Stadt. Ganz normal, Baba. Dann ist da so eine Oma. Dann guckst du diese Oma an und kriegst so eine richtige Latte von der so ein richtig fettes Rohr von dieser Ohms, Alter. Hä? Was bist du denn für ein ekliger? Warum? Wer kriegt eine Latte bei Omas? Oh Gott. Oh Gott. Hey, ich setze mich einfach wieder zurück. Ja, du musst sagen, du willst mir einen Zeck zeigen. Du hast doch eben gesagt, dass du das hast. Nein, du sitzt doch am Laptop. Ja okay, dann los. Los. Und go. Und go. Willst du beendet? Nicht mit mir. Es stimmt, diese Sachen hasst jeder. Wir weißt du was ich am meisten hasse? Gehst du durch die Stadt, nichts im Kopf, dann kommt da so ne Oma und du kriegst megaständer auf einmal. Was geht denn bei dir, Alter? Wieso? Wer kriegt denn da ne Latte? 3, 2, Affe, 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 Affe Los jetzt, du Affe, Alter! Ich habe einmal gefrisst, Alter! Aber reicht doch so. Ja, ihr lacht auch so Czz! Affe, 2, 2, 1,oh mein Gott ich muss denten! Affe? Opfer, Opfer. Er hat so lange auf seinen Witz gewartet. Opfer, Opfer. 3, 2, 1... Opfer, Opfer. Ich kann das hier nicht mal abbrechen. Willst du mich verarschen oder... Penner, Alter. Komm mal näher und sitz da nicht wie so ein Opfer, Alter. Ey, du bist ein Opfer. Mann, jetzt mach die Scheiße. Seid mal leise, mach mich. Ja, Alter. Ich hab dich aufgenommen. Lagerlich. Ich hab dich aufgenommen. Weiter mal. Scheiße. Scheiße. Ja, willst du lauter nochmal? Okay. Okay, los, nochmal. Komplett oder was? Ja, dann los, wey. Ach so, wey. Okay. Ja, da kann man eine Hand setzen nochmal oder nochmal? Du musst das so... Du musst das so... Ja. Was bist du denn für ein ekelhaft, Alter? Erstmal ein frohes neues Jahr hier auf diesem Kanal. Das haben wir euch noch gar nicht gewünscht. Ich weise euch mal kurz ein, was euch hier das Jahr erwarten wird. Ach, erstmal gebt da ein Däumchen hoch, wenn ihr euch unterhalten gefühlt habt. Oder für dieses Video, Freunde. Oder einen kleinen Daumen am Start schon mal oder am Ende. Ab sofort gibt es hier wieder jeden Freitag die Crime-Time für euch hier serviert und präsentiert. Und jeden Sonntag gibt es hier den sogenannten, ich nenn ihn mal Show-Tag. Da erwartet euch immer Diverses, wie jetzt zum Beispiel Sonntag André vs. Cengiz. Das Finale, wo ihr entscheiden könnt, wer die Staffel gewonnen hat und wer sich der Bestrafung unterziehen muss. Ihr entscheidet, Freunde. 18 Uhr. Also, wir sehen uns hier mal. Freitags 18 Uhr und Sonntags 18 Uhr. Dankeschön für alle Daumen. Wir wünschen ein traumhaftes Wochenende. Bis dahin. Wir sehen uns irgendwo, wo ihr wollt. Oh, man. Ja. Mal sehen uns. Dönlich.